hallo zusammen hallo freunde ich wollte euch eigentlich ein gutes neues jahr wünschen jetzt habe ich noch mal auf meinen kanal geschaut ich habe ja die 20.000 abonnenten erreicht vielen dank an euch allen wie gesagt ohne euch bin ich nichts mit euch sind mir vieles passt gut dann wünsche ich trotzdem jetzt allen ein gutes neues gesundes jahr kommt gut rüber nicht dass was passiert und dann sehen wir uns das nächste jahr wieder also macht's gut tschüss bye